Schon in seiner Geburtsstunde von 90 Jahren war Donald Duck ein Faulkwels, der sich am liebsten vor der Arbeit drückt. In dem Disney-Zeichentrickfilm »Die kluge Henne« hatte der tollpatschige Comic Erpel am 9. Juni 1934 seinen ersten Auftritt. Es war nur eine Nebenrolle, doch in dem Ruth sieben Minuten langen Film ist er schon unverkennbar Donald. Mit blauem Matrosenjacke, ohne Hose und arbeitsscheu. Eine kleine Henne will Mais anbauen und bittet ein Schwein namens Peter Pig und die Ente um Mithilfe. Doch beide drücken sich vor der Feldarbeit. Sie hätten Bauchschmerzen, so ihre Ausrede. Für Donald Duck war diese Filmpremiere der Berlin seines Seeressuchs rund um die Welt. Der wohl berühmtesten Maus der Welt, Mickey Mouse, hinkt der Erpel allerdings immer ein wenig hinterher. Walt Disneys Kreation mit den runden Ohren feierte schon 2018 das 90-jährige Lebeleum. 1928 gab Mickey Mouse in dem Kurzfilm »Streamboard Willie« sein Hollywood-Debüt und war in den 30er Jahren ein riesiger Klassenschlager. Disney wollte damals der eher braven Maus eine neue Figur zur Seite stellen. Der tollpatschige Donald sah niedlich aus, konnte aber je zornig und stinkfaul sein. Donald ist seit jeher die Disney-Figur, die am nächsten an den Sorgen vieler Menschen in der echten Welt dran ist. Chronisch Pleite vom Pech verfolgt. Im Konflikt mit humorlosen Gläuberern und Behörden. Er ist aber immer mutig und selbstlos, wenn es darum geht, seine Familie oder seine Angebetete vor Gefahren zu retten. Eine ranze Welt wurde um Donald herum geschaffen. In seiner Heimatstadt wohnen zwar auch Mickey und Goofy, aber interessanterweise heißt der Ort eben Entenhausen. Und der Verlierer Donald, sein reicher und ehreiziger Onkel Dagobert, seine schnell pikierte Freundin Daisy und die frechen Nerven Tick, Trick und Truck geben dort den Ton an. Natürlich wird der 90. Geburtstag nicht nur in Entenhausen groß gefeiert. Mit extra Ausgaben vom Comic-Heft lässt der deutsche Verlag Egmont Erper Media den Erpel in seinem runden Lobeläumsjahr hochleben. Zu den Highlights zählt eine vierbändige Sonderedition des lustigen Taschenbuchs. Na dann, auf die nächsten 90 Jahre.